Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shen Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video, ne? Heute wieder Shen Megami Tensei 5. Ich hab jetzt offscreen mal alle Mimans mal eingesammelt. War ein bisschen nervig bei dem einen oder anderen. Aber ja, ich hab sie jetzt alle. Wir sind hier vom Prinzip her fertig. Ich kann hier nochmal eben zur Kadaverkaverne gehen, weil ich hab die meine ich noch nicht abgegeben. Ja, 50, zwei Lebensräucherstäbchen, zwei Geistes. Ich krieg einfach jede Räucherstäbchen zweimal offenbar. Das war die Belohnung für alle Mimans in diesem Gebiet. Ich hab noch volles Leben offenbar. Ich hab leider keine weiteren Glorienkristalle dabei bekommen, die ich mir so sehr immer wünsche. Jetzt ist die Frage, was mach ich damit? Wer von euch braucht mehr HP? Der Engel, weil du bist fürs Heilen zuständig. Die MP auch der Engel. Wie gesagt, heilen. Stärke ist mehr für den Ipon. Vitalität braucht mehr Abwehr. Das braucht auf jeden Fall die Siffel. Die krieg ich nämlich ultra eine drauf. So, Magie. Die Sehungfrau. Und ich hätte auch gerne direkt Glück mit drauf. Dass wenn sie ihr Sturmglieder macht, dass sie vielleicht mehr Klits macht. So, und wer ist von euch langsam wie sonst was? Beziehungsweise scheiß im Ausreichen. Ja, da würde ich auch sagen, die Sehungfrau. Ja, und das Grimoire, das geb ich mal dem Engel. Macht er beim nächsten Kampf direkt ein Level ab. So, dann hab ich die Sachen auch mal zugeteilt. So, ihr habt übrigens abgestimmt in den Kommentaren. Ich hab ja gefragt, wollt ihr lieber 1 Stunden Videos oder 20 Minuten Videos hier zu haben. Beziehungsweise 20, 30 Minuten Videos. Und ihr wart für die 20, 30 Minuten Videos. Gehe ich damit konform? Wir bleiben bei 20, 30. Ich versuche sie zumindest dann so lang zu halten. Wenn sie mal länger werden, dann höchstwahrscheinlich durch Zwischensequenzen. Wenn ich schon sehe, dass wir bei den 20 Minuten sind, dann versuche ich, irgendwo abzuspeichern. Ja, wir sollen ins alte Tokio dann jetzt zurück. Let's go! Es gehört 100 pro zur Story. So, ich mach mich mal kurz weg. Das ist Aogami aus der Bethel-Japanischen Branche. Du fassst? Aogami? Das ist in der Untertitel von weitem, wann? Ich habe es erfolgreich reaktiviert, zurück nach Basen. Ich glaube nicht. Ich werde es das tun tun, aber du bist klar, dass du durchfassst. Du bist so. Touching the terminal should bring you straight here. Looks like we'll be able to head back to the Tokyo we call home. So, und jetzt müssen wir wieder in unserer Zeit sein, ne? Was ist denn jetzt überhaupt für ein komisches Konstrukt? Und mal so nebenbei, wir haben einen vergessen. Oh, hier werden wir getrennt. Wahrscheinlich bleibt er hier vorübergehend, ne? Hallo. Die haben wir in der Sequenz gesehen. Hier waren die jetzt noch anders, ne? Bethel will have no mercy for one, who violates the will of God. Wait! Master Abdiel! Hm? I don't know what led to this, but he is an innocent bystander. Please, forget it. War das nicht die eine von der Anfangssequenz hier beim ersten Stream? Vorher, we both know God's Laws are not so easily broken. Unbreakable even. Then, how would you account for this? Allow the Japanese branch to look into it. Though, what I can tell you, is that this is the one they lost all those years ago. Vor vielen Jahren sind wir nicht in der Zeitzeug, wo wir gestartet sind? Respektvolle, Master Abdiel. Ich habe gehört, dass du vor dem Moment in der Handlung warst. In welchem Fall... Ich hätte mir gedacht, dass du durch die Rückkehr deines Subordinates wirst. Nicht überrascht. Ich habe gehört, dass du nicht nur das. Ich habe gehört, dass du nicht nur die Rückkehr deines Subordinates wirst. Sehr gut. However, ich habe vor allem die Verantwortung in der Handlung für die Rückkehr deines Subordinates, um die Überraschung zu verantworten. Ich habe mich angefangen, um alle von euch zu beschäftigen. Aber trotzdem, willkommen zurück. Ich denke, eine Explanation ist eine Ordnung. Würdest du mich in die Gespräche beitragen? Ah, jetzt darf ich mich endlich wieder zeigen. Äh, ja. Das war eine interessante Sequenz. Okay, die japanische Dependence, äh, bla bla bla. Okay, hab verstanden. Hier könnte ich wahrscheinlich jederzeit wieder zurück. Ist das auch ein Speicherpunkt? Das ist ein Speicherpunkt. Ich kann hier die ganzen Neubino-Sachen machen, ne? Hä, ich habe mein Geld mit in die Vergangenheit genommen. Jetzt kann ich, äh, richtig viel anbauen. Nee, 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 nee. Wir denken nicht in so einem beschissenen Weg. Nein. Folgen wir einfach dahin, wo wir hingehen sollen. Ich habe mich entschlossen, zu Tau zu gehen. Ich habe eine Wahl. Ich habe eine Wahl. Ich habe eine Wahl. Die Macht, seit ich klein bin. Ich habe eine Wahl. 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 Ich habe sie mit Algami Additionally. Ich mag, die StT 10 1 1 1. Ich bin nicht. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin froh, dass Protofiend zurückgekehrt ist. Doch ich habe nie gehört, dass es mit einem Menschen mit ihm gehört. Ich habe einen Rolle in der Erreignung von Algami selbst. Ich werde später ein paar Tests machen. Algami, ich möchte deine Daten auszüben. Mach dein Weg zur Forschung später heute. Entstanden. Ich werde mit dem anderen von euch ein paar Mal wiederholfen. Ich darf mal wieder mitreden. Äh, ja. Oh Gott. Interessante Hintergrundgeschichte. Äh, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dich kämpfen zu lassen, aber egal. Okay, wir hören seine Hintergrundgeschichte. Okay. Was hast du denn zu sagen, Yuzuru? Let's work together to keep Tokyo safe. Let's work together to keep Tokyo safe. Also, das ist mein erstes Shin Megami, will ich damit sagen. Ey, dafür habe ich tolle Superkräfte und konnte Dämonen in den Arsch treten. Ich sage nichts dagegen. Ich sage nichts dagegen. Und wieder in der Schule. Ich will den Boden wieder verklopfen. Ich will den Boden wieder verklopfen. Ich will nicht zurück zur Schule. Nein. Nein. Ja, alles ist gut gelaufen. Ja, bei mir ist alles klar. Ich gucke mir mal die Karte hier an. Ich könnte hier mit zwei Leuten tatsächlich reden. Beziehungsweise mit Schiele gucken. Äh, der hat kein Gesicht! Äh. Okay. Ein Freund eines Freundes. Warum hat der kein Gesicht? Sie hat auch ein halbes Gesicht nicht. Mh, da sagst du was wahres. Mobbing ist ein sehr schwieriges, äh, Fach. Schüler werden gemobbt. Lehrer kriegen das mit. Aber die tun Scheißdreck dagegen. Es wird viel zu wenig da getan. Bin ich ganz ehrlich. Und ich spreche da aus eigenen Erfahrungen. Ich, äh, wurde nämlich früher selber mal gemobbt. Warum ist jetzt ohne, äh, äh, unwichtig? Das, äh, war etwas Persönliches, weswegen die mich gehändelt haben. Und mich sogar nach der Schule immer verprügelt hatten. Beziehungsweise ich wurde mal verprügelt. Deswegen sag ich ja, es wird einfach viel zu wenig in dem Bereich getan. Da, das meine ich. Im Übrigen. Zack. Bis sie euch in den Arsch tritt. So entstehen Massenmörder. Was? Wer ist da? Lass dich nicht beeinflussen, Mädel. Oh. Ich halte dich nicht für beklopft, falls du das denkst. Ich war, äh, vor kurzem im Reich der Dämonen. Ich würde dich nicht für verrückt erklären. Aber was ich mal tue, ich beende hier mal den Part, bevor der zu lang wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir machen dann hier weiter. Tschüss. 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 рен